Am Institut für elektrische Anlagen an der TU Graz forscht und entwickelt man im Bereich Erzeugung, Übertragung und Anwendung der elektrischen Energie. Defekte alte Kabel oder gerissene Leitungen können zu Unterbrechungen im Stromnetz führen. Die Suche nach solchen Fehlern kann sehr lange dauern und verursacht hohe Kosten. Das Institut hat nun ein Verfahren entwickelt, bei dem die Ortung des Fehlers exakt und rasch gelingt. In wenigen Sekunden kann der hochpräzise Fehlerorter anzeigen, in welchen Bereichen das elektrische Netz unterbrochen ist. Umso schneller kann man die beschädigten Kabel und Leitungen reparieren. Bei 100 Störungen pro Jahr und Bundesland ergibt das ein großes Einsparungspotenzial und die elektrische Versorgungssicherheit wird erhöht.